Arvid Erelei, grüßt euch gut! Servus! Erstmal vielen Dank an alle, wir haben 1000 Abonnenten erreicht! Vielen vielen Dank! Wir haben uns gedacht, wir geben euch jetzt etwas zurück, beziehungsweise unser Sponsor DTI hat sich gedacht, er möchte euch eine Freude bereiten und wir dürfen etwas verlosen, etwas ganz Tolles, weil wir eben auch die 1000 Abonnenten erreicht haben. Und was wir verlosen, das zeige ich euch jetzt. Wir verlosen einmal einen Pinpointer von Garrett mit Z-Link, Garrett ProPointer AT mit Z-Link und passend dazu die Garrett MS3 Kopfhörer. Die zwei Sachen werden verlost im Gesamtwert von 299 Euro. Wie ihr das ganze gewinnen könnt, seht ihr jetzt! Wie könnt ihr nun diese zwei Sachen gewinnen? Im Prinzip ziemlich einfach. Max und ich haben in den letzten paar Wochen ein paar Kanonenkugeln gefunden, unter anderem diese zwei Sechspfinder. Wir spielen ein Spiel. Das Spiel heißt Kugelstoßen. Jetzt die Aufgabe an euch. Wer wird dieses Spiel gewinnen? Max oder ich? Und wer wird wie weit werfen? Wer am nächsten dran ist, gewinnt. Es muss beides richtig sein. Erstens, du musst Abonnent von uns sein, also wer es noch nicht getan hat, jetzt abonnieren, dann dieses Video leiten und in die Kommentare schreiben, wer gewinnt, Max oder ich? Und wie weit haben wir geworfen? Das war im Prinzip alles. Viel Spaß beim Mitmachen. Wir bedanken uns noch mal recht herzlich bei unserem Sponsor DTI für diese zwei wirklich tollen Sachen, welche uns zur Verfügung gestellt wurden. Genau und ansonsten viel Erfolg! Das war euch. Ich war so, was hat mich, bei unseren Beaffen. Wir können das Haus am�iment zu unsielt werden, wenn wasmeig, dass ihr mit vorne hab und Android skellt die Leute im